Jo, was geht meine lieben Soccer Junkies, euer Anu, bist wieder hier und ja, der liebe Hermann, ein lieber, lieber Freund aus der Community und ich, wir machen ja heute mal einen neuen, also was heißt einen neuen, wir machen heute mal einen Pokémon-Kampf, so just for fun. Bist du bereit? Nein. Ja, klar. Okay, er ist bereit. Dann gucken wir mal, was der Hermann für eine Strategie aufgebaut hat. Nebenbei, du darfst auch reden. Das ist nicht schlimm. Ich, ich, ich höre gerade zu. Auch wenn Jan was anderes sagt. Er setzt Surfer direkt ein. Krasser Typ, alter. Muss erstmal gucken, wie viel ich hier so mache. Donnerwälde benutzt, ey. Ja. Ich habe es einfach direkt durchs Server ersetzt. Puh, Glück gehabt. Würde ich auch mal sagen. Windhose. Just Martini. Okay, dann zwar auch einfach 14 Level über meinen. Das, das habe ich heute erst bekommen. Vor fünf Stunden. Hast du hochgelevelt? Aber hart. Ich habe lange kein Pokémon mehr gespielt. Deswegen weiß ich nicht, welche Attacke gut gegen dich ist. Aber du wirst halt schon irgendwie gewinnen. Ja, ich habe auch schon lange kein Pokémon mehr gespielt. Bin genauso behindert. Sieht man einfach schon, dass ich... Ja. Hast du gerade einen Trank benutzt? Nein. Krasser Typ hier. Du hast nicht gesagt, dass es nur Boden ist. Alter. Gehst du mich? Verarschen? Ja. Ich bin auch runter hier. Puh. Fetzt er hier Tränke ein. Ja. Sag mir, dass ich das nicht machen soll. Dann mache ich das auch nicht, du. So, du bist dran. Voll der Unfaire hier. Ich habe gar keine Tränke dabei. Ja, das hättest du mir vorher sagen müssen. Aber ich doch gerade eben. Du willst mich doch trollen. Ich glaube nicht. Oh Mann. Niemand hat mich eingestupst. Ja. Sorry. Oh, dein Trattini wäre einfach schon 20 Mal platt gewesen. Stimmt gar nicht. Klar. Ich bin auch nur zu gut. Du kannst gerne Tränke nächstes Mal benutzen. Und ich jetzt. Ich habe gar keine Tränke dabei. Das ist ja das Ding. Wie das denn? Nö. Kaust du dir was? Doch, aber ich verschwende die so schnell, weil. Okay, das war jetzt generell doof halt. Okay. Und das war ein bisschen creepy. Aber egal. Hä? Markellerweise hätte die Antacke deinen Gluchack aus dem Leben zerfüsten müssen. Ich kenne meinen Gluchack. Ja komm, dann komm ich auch mal mit meinen. Jetzt war es eine Flamme hat er gekommen. Ach schade. Wieso nicht? Antacke bringen nichts. Kann es sein, dass wir beide uns wie von Antackeaufbau des Gluchacks beide in etwa dasselbe haben? Stimmt. So, jetzt kommt das letzte Pokémon, was ich wirklich noch durchtrainiert habe. Da kann ich nicht viel mitmachen. Ja, das war es dann auch für meinen Rücken. Oder auch nicht. Oh. Hä? Tschüss. Also auch. Ja. Wie? Wie? Och ey, Mann. Ja, und das war es dann auch für Gluchack. Das war es dann auch für mich, Mann. Ich habe keinen Trink mehr. Das ist unfair. Äh. Einzig wirksame Antacke gegen deinen Joghender. Äh. Äh. Den Trank mehr. Ach doch, warte mal. Ich habe Genesung. Ja, lass doch eigentlich die Tränke weg, du Honk. Okay, ich probiere es. Ja, okay, dann bin ich raus. Ja. 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 Komm schon. Das muss jetzt. Wie? Hä? Gut trainiert, nenn ich sowas. Oh, ey. Demfalls anscheinend besser als mein Glurack. Ich hätte einfach nur Erholung reinmachen müssen. Ich bin so. Joa, GG. Damit zerknallere ich dich jetzt. Achtung, jetzt haut er den Cheat rein. Ja, ich habe einfach drei vier durchtrainierte Pokémon. Das ist halt... Das ist halt... Das ist halt, was ich machen kann. Das ist halt, was zerschnallt. Ich habe ein Rad. Jetzt dreh dich in Kreise. Joa, GG, du. Trotz Tränke gewonnen. Easy, no Portland. In my Höschen. Ich habe auch einmal einen Fehlzug gemacht. Das hast du nicht. Ich hätte ja auch noch meinen, äh, den ganzen, hier meinen Jura behalten können. Das ist ja... Ich habe es hart. So, jetzt mache ich erstmal die Arena. Und ich sage damit goodbye, meine lieben Soccer-Junkies. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.